Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So jetzt brauchen wir hier Kurzplay. Und zwar zack und Opernfeld 2. Ob ich jetzt immer Gülle ausbringen könnte? Ok. Wir schauen mal raus. Ich muss den Opern raus. Wollen wir noch mal einen Opern sein als wir den Ding brauchen? Zack. So jetzt brauchen wir ProBorn. Haben wir da. CoBorn F2. Haben wir hier. Machen wir hier kurz Stop. Alles aus. CoBorn F2. So. Jetzt sehen wir alles. Dass der Wegpunkt passt. So. Und dann schicken wir das schon mal los. Wir müssen schauen, ob wir hier noch so eine Einstellung machen. Nein. Oder wir müssen sich auch mal das einstellen. Nur abziehen, Ausfall, Spurheißer, Mutfunkzöne. . . . . . . . Ich habe mich nicht gespeichelt. So, du hast hier die Regisseurmaschine getragen, der Maestro. So, dann füllen wir nochmal Saatgut auf. Dünger. Ich gehe zuerst auf Dünger. Dann füllen wir einfach mit dem Gespann. Ich muss es doch nicht passen. So, jetzt ist es voll. So, dann füllen wir hier zu vorn. So, dann füllen wir hier zu vorn. So, dann füllen wir gerade los. So, dann füllen wir hier auf. So, dann füllen wir hier auf. So, dann füllen wir alles bisschen arg eng. Aber kann ich leider nichts machen, außer gucken zu. Wo jetzt das Gewicht wieder geschubst. Und vom Haus. So, dann füllen wir einfach hin. So, dann füllen wir hier. Um, 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 um. So. Oben noch. Das brauche ich noch als Platz. Das war's. 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 Das ist hier, in der Markelinie. Es ist immer noch nicht so gut. Es ist sehr gut, aber es ist nicht so gut. Was ist denn heute los mit mir? Dauernd krabbelt die Nase und jetzt muss ich noch niesen. Das habe ich immer mal aufmachen können, aber jetzt kam es mit zu den Erfolge. Oh ne. Heute ist schlimm. Oh, im Moment bin ich gleich wieder. So, da sind wir wieder. So, die Linie. Wir müssen hier bis zum Moment ran drücken. Oh, bo-do-do-do-do. Ich z.B. weg oder mit der Strand und in die Stimme stimmt scheinbar nicht. Dann haben wir uns ausgemült hier. So, jetzt holen wir den Zweichel weg, jetzt ab. Sooo. Ich kenne mal ab. Da ist jetzt der Lähne runter. So. So. Noch mal wieder ein bisschen was abholen, komm hier. Moment. Die Produktion, ne, da war ich nicht mit. So. Bauen wir mal ein Stückchen weg. Hier haben wir auch noch was zu tun. Hier haben wir noch die 6000 Liter, dann haben wir ein bisschen Spattlöpe. Ich brauche mal wieder Weizen, komm. So. So. Lasen wir schon mal hier ein. So. So. Hier ist doch noch drin. So. Wollen wir hier stehen lassen. So. So. Roar. Welcher ist eines? So. Ganz kurz. Das ist natürlich seltsam. Auch mit mir ab. Dann fahrt. Und dann seh, ich mach's raus. Das ist so großen. Das wäre auch eine Variante für die Kartoffelwaschanlage. So, da haben wir ja noch was drin. Da ist noch mehr was drin. Dann füllen wir erstmal auf. Oh Gott. Jetzt ja gar alles rein müssen. Also hier hinten ist ja ein Wasserschacht da. Dann holen wir gleich mal Wasser. Wenn die der Rute erreicht, dann ist da schon mal was. Da hol ich mich gleich drum. Und du machst da weiter, was heißt das? Ich rauschte ja gar nicht mit Föllen. Da habe ich den Eindruck. Ist mir leider ein bisschen warten. Ja, guck, jetzt haben wir was noch gemacht. So, du bist fertig, hast du gesagt. Boah, hab ich gelassen. Okay. Okay. So, jetzt hier haben wir das Einstellung. Okay. So. 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 Woll ich ausklappen? Oh, jetzt hast du geknippt und Spaß aus. Ich habe auch kein Problem, ich muss mal kurz hier durch den Wald wo er passt Nächstes hat der Engel der Route erreicht, eins nach anderem Ich nehme erstmal den Anhof zurück Hier, ich habe noch mehr Anhof, da hinten noch ein Feld Ich habe da hinten noch ein Feld Ganz so weit bist du noch nicht Aber es lohnt sich jetzt mit Anfang bei dem, das machen wir dann nächste Folge Das machen wir dann nächste Folge Okay Und du bist fertig, das ist gut so Ich muss mal hier kurz rein Mal löschen Mal gucken, ob du alles abgestreißt Mal löschen, wenn du den Streifen dann nicht hinpasst Mal löschen, wenn du den Streifen dann nicht hinpasst Ich habe es mit dem Ansatz nicht ganz hingehauen Aber wenn das der Engel ist, dann geht das So sieht gut aus So sieht gut aus Hier haben wir die berühmte Stelle, die er aus irgendwelchen Gründen nie macht Ich weiß nicht wieso, warum jetzt halb, aber irgendwie mag er die Stelle nicht Geht Scheint das eigentlich nicht gewesen zu sein jetzt Mal löschen mittel bisschen, aber so scheint es so zu sein. So, gehen wir dann schon mal in die nächste Position. Das machen wir aber alles nächste Folge, denn wir sind schon wieder am folgenden Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumfen da und ich bin raus. Tascha sagt euer Jaso.